Aaaaaaaaaaah! Willkommen zurück zu einer neuen Folge von LS19 PharmaTown. Die Wiese ist mittlerweile fertig gemäht. Das können wir hier also jetzt hoch machen, aus machen und dann zurück zum Hof fahren. Wir haben noch einiges zu tun, mich wurmt allerdings immer noch ein bisschen. Dass uns hier durch die Wiese ein dickes Kreuz durchgezogen wurde. Ihr habt es gesehen, mit einem großen Pflug. Wer auch immer das war, man kann darüber nur Vermutungen anstellen. Aber das Schlimme daran ist ja, dass das gar nicht meine Wiese ist, sondern die nur gepachtet ist von der Gemeinde. Und das muss ich der Gemeinde jetzt erstmal erklären und hoffentlich glaubt die mir. Ich meine, die Geschichte, hätte ich das vor ein paar Monaten erzählt, dann wäre es vielleicht ein bisschen unglaubwürdig gewesen. Aber mittlerweile, nachdem was so passiert ist, ist das ja vielleicht gar nicht mehr so unglaubwürdig. Keine Ahnung wer oder was dahinter steckt, aber das wird vermutlich zur Sprache kommen. Und deswegen muss ich da heute Nachmittag mal durchrufen. Vorher haben wir allerdings noch eine ganze Menge zu tun. Herr Töpfer hat es euch angemeldet und es gibt... Ach, moin moin! Stopp, stopp, Herr Meier! Stopp! Moin moin, Frau Stern! Stopp, stopp! Guten Morgen! Ich habe ein Glänzproblem. Guten Morgen! Ja, ich bin liegen geblieben mit meinem Bulldog. Das ist lustig. Ich habe letztens noch Scherze gemacht, weil wir auch, sagen wir mal, am Limit gefahren sind. Aber, dass es Ihnen jetzt passiert, herzlichen Glückwunsch! Aber ich glaube, ich habe an meinem Hof noch eine Abschleppkette. Wenn Sie wollen, dann würde ich Sie mal kurz abschleppen. Die Frage ist nur, wohin dann? Eventuell zum Händler. Ich wollte nämlich gerade den Schwader E zur Wartung bringen. Und ich glaube, man muss jetzt den ganzen Motor entlüften. Ja, gut. Ich hatte den Fall, Gott sei Dank, noch nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es bei dem einen oder anderen Trecker tatsächlich auch Probleme bereitet. Deswegen würde ich vorschlagen, ich fahre mal kurz zum Hof, hole mal schnell die Kette und dann sehen wir uns gleich wieder. Alles klar, so machen wir es. Danke, Sommer! Bis gleich! Ja, das ist überraschend. Immer passiert hier irgendwas im Dorf, aber der Frau Stern, bei allem Ärger, den ich jetzt im Moment hier habe, helfe ich doch immer gerne, weil das ist ja die gute Seele hier im Dorf. Aber hat es ja Glück gehabt, dass ich gerade hier vorbeigefahren bin und dass ich so eine Kette auf dem Hof habe. Ich weiß nicht ganz, ob das so verkehrssicher ist, aber bis zum Händler sind es ja nur ein paar Meter. Insofern würde ich sagen, bringe ich einmal kurz das Meerwerk zum Hof, fahre schnell wieder zurück und dann nehme gleich die Frau Stern mit. Musik 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 Ich glaube, mein Bestes Ja Ja, gut So Ich glaube, das Ding ist dran Okay Also Warnblinker haben Sie ja schon an Jawohl Ich glaube, ich habe noch nie irgendjemanden abgeschleppt Also hier Fahrzeuge Aber setzen Sie sich einfach schon mal rein. Sie können ja auch noch die Rundumleuchten anmachen. Und Sie müssten, glaube ich, ein bisschen mitlenken. Ich versuche mal nicht zu schnell zu fahren. Aber wir müssen ein bisschen Gas geben. Alles klar. Weil ich habe noch ein bisschen was zu tun. Deswegen, wir machen mal schnell die paar Meter. Und wenn irgendwas ist, dann hupen Sie. Dann halte ich sofort an. Okay? Okidoki, machen Sie. Alles klar, so machen wir es. Dann mache ich auch die Warnblinker an. Mache hier einmal die Rundumleuchten an. Und dann geht es los. Langsam anfangen. Oh, jetzt dreht es hier fast schon so ein bisschen durch. Aber es läuft doch. Alles klar. Ja, dann geht es jetzt mal zum... Es funktioniert doch gut. Dann geht es jetzt mal schnell zu dem Händler. Und dann hoffe ich, dass da auch jemand ist. Aber eigentlich sollte er geöffnet haben. Und bis jetzt wurden wir beim Händler so gut wie nie enttäuscht. Ich glaube, einmal war niemand da. Aber sonst war da ja immer entweder der Herr Peters selbst oder sein neuer Azubi. Insofern, irgendjemanden werden wir jetzt sicherlich gleich treffen. Und wenn ich dann schon mal da bin, dann habe ich auch noch eine andere Frage, die ich dann mal loswerden möchte. Weil ich brauche ja noch ein Wasserfass auf dem Hof. Das ist jetzt schon eine Investition, die länger geplant ist. Bis jetzt funktioniert es noch gut. Das ist eine Investition, die schon länger geplant ist. Und die habe ich irgendwie im Moment immer vor mir her geschoben. Weil ich es irgendwie auch teilweise vergessen habe und so. Aber jetzt bringe ich das mal zur Sprache. Insofern ist es vielleicht gar nicht schlecht, dass ich mal beim Händler vorbeifahre. Auch wenn ich das jetzt hier mit einer Abschleppkette mache. Hoffen wir mal, dass ich jetzt hier den eigenen... Wobei der Johnny sollte das ja hier gut schaffen. Ein bisschen Power hat er ja. Noch ist er am Haken. Und es scheint auch bis jetzt noch nichts passiert zu sein. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Bremsen. Nicht, dass sie dann in mich reinfährt. Aber ich glaube, das muss ich dann einfach sehr sachte machen. Oder sie bremst mit. Die Bremse sollte ja eigentlich noch funktionieren. So, jetzt sind wir hier fast beim Händler angekommen. Aber es steht noch eine große Hürde bevor. Nämlich diese Ecke, die sehr, sehr eng ist. Und jetzt kommt auch noch der Zug. So, irgendwie gehen die Bahnschranken hier gar nicht runter, ne? Vielleicht lag es auch damals daran. Ich habe ja immer noch ein bisschen Angst hier vor diesem Bahnübergang. So, das läuft doch super. Und dann schleppe ich die einfach mal hier hin. So. Ich hoffe, hier stört sie nicht, aber... Herr Peters kann es ja dann irgendwie... Der hat ja sicherlich auch noch eine Abschleppkette. Und dann lassen wir die mal stehlen. So. Taxi-Service. Rechnen kommt später. Herr Peters, moin moin. Moin. Was ist denn hier passiert? Ja, ich habe einen Waltra günstig geschossen. Den dachte ich mir, bringe ich ihm mal vorbei. Ach Quatsch, Herr Mayer, das stimmt doch gar nicht. Das stimmt doch gar nicht. Erzählen Sie ihm, Herr Peters doch mal. Ich bin ja, glaube ich, liegen geblieben. Und warum sind Sie denn liegen geblieben, Frau Stern? Ja, ich glaube, der Tank war leider leer. Ich habe es tanken vergessen. Ja. Ja, das passiert. Wie oft passiert Ihnen das, Herr Peters? Wie oft haben Sie es schon erlebt? Naja, noch nicht so oft. Okay, na gut. Aber mir wäre es auch letztens passiert, fast. Deswegen finde ich es ein bisschen lustig. Aber trotzdem ist es natürlich sehr, sehr schade. Und ich hoffe, dass nichts an dem Träger passiert ist. Aber ich dachte mir, wenn die Frau Stern da so am Straßenrand steht, dann nehmen wir sie mal mit und bringen sie mal vorbei. Darum können Sie sich dann später kümmern. Ich würde mich aber ganz dreist kurz vordrängeln, wenn es okay ist, Frau Stern. Ja, ja, machen Sie das nur. Ich gucke mal, dass nichts passiert ist während der Fahrt. Ja, gut. Dürfte eigentlich nicht. Also habe ich eben noch rausgeguckt. Herr Peters, ich wollte nämlich die Gunst der Stunde nutzen. Und wenn ich schon mal bei Ihnen bin, kurz danach fragen, ob Sie ein Wasserfass günstig besorgen können. Das bräuchte ich nämlich. Und das wollte ich schon länger mal bei Ihnen bestellen. Habe ich bis jetzt immer vergessen. Aber haben Sie da was? Ein Wasserfass? In welcher Kubikmeterzahl soll sich das denn laufen? Also ich werde jetzt bald vermutlich einen neuen Wasseranschluss bei mir auf dem Hof installieren. Und dann sind das nur noch ein paar Meter. Das heißt, ich kann ein bisschen öfter fahren. Das muss also kein großes Fass sein. Also es sollte nicht allzu teuer sein. Soll das mit Lenkachse bzw. mit Drehschemelgelenk sein? Oder dann wieder starre Achse? Oder müssen Sie rangieren? Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich bin immer froh, wenn ich keinen Drehschemel habe. Aber wenn es sich nicht verhindern lässt, dann ist es so. Ja, was halten Sie denn von einem Fass mit sieben Kubikmeter ungefähr? Wenn Sie sagen, ich denke, das wird reichen. Also ich meine, so viele Kühe habe ich ja nicht. Damit fahre ich dann ein, zwei Mal am Tag Wasser holen. Das sollte gut reichen. Ich kann es ja später immer noch upgraden. Was würde das denn kosten? Knapp 10.000 Euro ungefähr müsste das kosten. Ja, das ist ja schon viel Geld. Dann würde ich sagen, nehme ich das. Ist das das günstigste, was Sie mir anbieten können? Also der andere Anbieter, der mit Drehschemel, der kostet 25.000 Euro. Und hat auch nicht viel mehr Fassungs... Wie viel hat der denn? 8.000 Liter. Ja, okay. Dann ist die Wahl, glaube ich, klar. Nee, dann nehme ich den einfachen, den etwas günstigeren. Ja. Ich denke, das sollte funktionieren. Wie lange müsste ich denn warten auf das Wasserfass? Es ist jetzt halb 10. Wann brauchen Sie es denn? Die Tage. Also ich weiß nicht, wie lange dauert die Lieferung. Oder haben Sie es hier? Wenn ich das jetzt noch bestelle. Ich kann mal fragen, ob die Kollegen noch in den anderen Werkstätten, beziehungsweise ob die auch noch sowas haben. Kann ja auch mal durchaus sein. Vielleicht auch gebraucht oder wie auch immer. Aber ich denke normal so in drei Tagen sollte das später sein. Okay. Ja, das wäre super, wenn das dann da wäre. Aber sagen Sie mir, rufen Sie mich einfach an oder sagen mir Bescheid. Dann komme ich einfach vorbei. Und 10.000 ist okay. Also das kann ich noch gut finanzieren. Ähm, apropos, Herr Mayer, jetzt wo Sie gerade da sind. Und ich habe letztens Angebot bekommen, beziehungsweise das RTK-Netz soll ja bald freigeschaltet werden. Das ist ja das... Da müssen Sie mir sagen, was das ist. RTK-Netz? Kann ich nicht sagen. Genau, RTK ist Korrektursignal. Also sprich für GPS, sprich, dass der Trecker von selber auf ein bis zwei Zentimeter genau fahren kann. Und ich meine, bei dem John Deere hatten wir ja mal den Vorbau, ne? Beziehungsweise zumindest von der Ausstattung her. Ich weiß nicht, aber Sie hatten mal davon erzählt und es hat mich auch immer sehr interessiert. Ich wollte da... Das war auch so ein Thema. Da wollte ich immer mal bei Ihnen nachfragen. Ähm, aber gut, dass Sie da jetzt von selbst drauf kommen. Also da wird jetzt irgendwas Neues freigeschaltet. Und das wäre jetzt der ideale Zeitpunkt, da einzusteigen, das mal auszuprobieren, oder was? Genau. Allerdings brauchen Sie eben diesen Vorbau. Ja. Also sprich, ähm, eine andere Lenkachse, beziehungsweise so, dass der Trecker halt über die Station auch lenken kann, ne? Ja. Also nicht eine neue, also eine Lenkstange und so, ne? Und die ganze Elektronik. Nur noch ein paar Kabel verlegen. Ähm, da der den Vorbau hier hat, denke ich mal, dass das preislich so bei 10.000 Euro liegen wird. Normal 15.000, aber da haben Sie ja schon den Vorbau und die Ausstattung. Und dann kann ich den Auto quasi vollautomatisch übers Feld fahren lassen. Genau, Sie ziehen einmal eine A-B-Linie, also das nennt sich A-B-Linie, sprich, Sie geben zum Beispiel unten am Feld, meinetwegen von der ersten Kante, setzen Sie einen A-Punkt und am Ende der Kante setzen Sie einen B-Punkt. Dann zieht der das gerade, die, ähm, hier, also verbindet die miteinander und dann fährt der halt, je nachdem, was für eine Arbeitsfreude Sie haben, wenn Sie jetzt zum Beispiel eine 6 Meter Drillmaschine haben, fährt der exakt 6 Meter immer parallel dazu weiter, ne? Und das Ganze macht er auf einer Genauigkeit von 1 bis 2 Zentimeter. Ja, klingt sehr interessant. Ich habe auch gehört, dass man damit sehr effizient arbeiten kann und das alles ein bisschen besser machen kann und so. Ähm, aber ich muss mir das mal durchrechnen, muss mir das mal überlegen und werde mich dann einfach nochmal bei Ihnen melden. Aber das Wasserfass, das brauche ich auf jeden Fall und je früher, desto besser. Genau, das Wasserfass, da kümmere ich mich gleich drum. Alles klar. Dann danke ich Ihnen, Frau Stern, Sie müssten einmal nochmal schnell die Kette hier abmachen. Mhm, alles klar. Jawohl, hat geklappt. Okay, und dann würde ich nämlich, dann würde ich jetzt wieder fahren. Ja, also nochmal tausend Dank, ne? Also wenn ich mich bei Ihnen irgendwie revanchieren kann, lassen Sie es nicht wissen. Ach, alles gut, alles gut. Ähm, ist ja schon schlimm genug, dass sie liegen geblieben ist. Ich drücke Ihnen die Daumen, äh, sind, äh, ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie da keinen Schaden davon getragen haben. Ja, ich hoffe so. Ja, äh, ja, viel Spaß, Herr Peters. Ähm, gucken Sie sich mal an, ne? Boah, das ist, das ist, denke ich, keine große Sache, beziehungsweise muss man gucken, ne? Ja, okay. Gut, wie gesagt, ich drücke Ihnen die Daumen, ähm, und ansonsten haben Sie noch einen schönen Tag, hoffe ich. Ja. Ich habe bald auch wieder Hafer für Sie, der ist nämlich, habe ich schon gesehen, der ist schon kurz vor, äh, Reifegrad, also da dürfte sich das Lager bald wieder füllen. Da würde ich bei Ihnen anrufen, aber, und vielleicht habe ich auch noch eine andere Sache, aber dazu kommen wir dann später. Jetzt drücke ich Ihnen erstmal die Daumen und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Tschüss, Sikowski. Jo, danke, Ina. Jo, danke. Ja, die arme Frau Stern, die liegen geblieben ist, war ich ein bisschen frech, dass ich da gelacht habe, aber ich meine, ein bisschen lustig war es, nachdem ich da, das sehe ich schon. Halt, halt, halt. Ach. Hat das von Ihnen jemand dran gemacht wieder? Oder war, ah, ich glaube, das war noch was. Hat sich das irgendwie verkeilt, oder was? Hm, müssen wir mal kurz gucken. Ja, jetzt glitzert. So, jetzt ist es aber, man hat mich gerade schon gewundert, warum das hier so schwerfällig geht. Herr Mayer, wollen Sie die Kette nicht noch irgendwie nach oben einmal? Doch, doch, aber ich wollte jetzt erstmal wegfahren, dass sich das nirgendwo mehr verkeilt hier. Ja, Sie machen ja hier alles kaputt von meinem ganzen Schotter hier. Ja. So, da haben Sie es. Von Ihrem ganzen Schotter, der heilige Schotter, den man auf keinen Fall... Okay, ich bin weg. So, da sind wir wieder am Hof und da rast irgendwie das Lohnunternehmen an uns vorbei. Das hat einen strammen Schritt hier drauf. Kann man froh sein, dass die Polizei hier im Moment nicht unterwegs ist. Aber wir fahren natürlich wie immer hier durch diese Einfahrt rein. Dann lasse ich die Kette hier wieder irgendwo liegen. Vielleicht da hinten bei den ganzen Werkzeugen und bei dem Kärcher und so. Da haben wir sie nämlich auch letztes Mal gelagert. Und dann müssen wir mal gucken, ob Herr Töpfer schon da ist. Mit dem hatte ich mich nämlich verabredet. Oder er hatte sich angekündigt, dass er hier ein bisschen was mitnimmt. Das sieht gut aus. Ich glaube, da kommt gerade jemand. Aber dass der mit dem LKW immer da hinten durchfährt... Hm, muss doch kurz anhalten. Moin, moin! Moin! Morgen! Sie kommen wie angekündigt vorbei. Das erfreut mich doch. Sie haben Milch mitgenommen. Sehe ich schon. Nehmen Sie noch irgendwas mit? Mist. Ja, Milch und Mist. Haben Sie Mist jetzt hier schon drauf? Jo, Mist ist vorne, Milch ist hinten. Schön getrennt. Nichts anderes habe ich erwartet, Herr Töpfer. Gut, dann danke ich Ihnen. Sie sagen mir dann, was Sie dafür erzählen konnten. Und überweisen mir das dann. Ja, das sind Festpreise, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Achso. 41.200 Euro. Ah, sehr schön. Tipptopp. Da kann ich mir ja vier Wasserfässer kaufen. Super. Ich danke Ihnen. Sollte dann demnächst eintreffen. Und dann wünsche ich Ihnen eine gute Heimfahrt, beziehungsweise eine gute Verkaufsfahrt. Haben wir sonst noch irgendwelche offenen Posten? Schulde ich Ihnen noch irgendwas oder schulden Sie mir noch irgendwas? Soweit ich jetzt weiß eigentlich nicht. Alles klar. Also gut, ich schulde Ihnen jetzt Geld. Ja, ja gut, nee. Davon abgesehen. Sonst müssten wir gedeckelt sein. Alles klar. Gut, dann bald werde ich, glaube ich, mal wieder ein paar Sachen von Ihnen kaufen. Aber dazu kommen wir vielleicht später nochmal. Da werde ich dann einfach mal durchrufen. Ich danke Ihnen fürs Abholen, dass das so problemlos geklappt hat. Und rate Ihnen. Also ich weiß nicht. Im Moment geht das, weil es nicht geregnet hat. Aber wenn das ein bisschen matschiger ist da vorne. Ich weiß nicht, ob Sie da noch mit dem LKW durchkommen. Also... Bei Regen würde ich das jetzt nicht ausprobieren. Okay, alles klar. Weil mir das auch sehr eng vorkommt da hinten. Ich war etwas überrascht, dass die da hinten durchkommen. Aber gut, müssen Sie wissen. Sie müssen sich mal andere Landwirte angucken in der Gegend, was die für Höfe haben. Fahren Sie mal 200 Meter weiter zu Herrn Schneider. Da fahre ich auch regelmäßig mal hin. Ja, dann kennen Sie es ja. Also Gülle abholen, das ist ein besonderer Spaß. Und ich glaube, auch der Hof ist noch einigermaßen erträglich. Also ich glaube, es gibt noch engere Höfe. Da sprechen Sie wahre Worte. Ja, habe ich schon gedacht. Aber gut, wenn Sie nochmal was bestellen wollen, ich bereite dann schon mal wieder drei LKW vor, wie beim Kalk. Ja, wenn Sie gute Preise haben für irgendein Produkt, dann sagen Sie mir Bescheid. Ich meine, erst habe ich es verflucht, aber mittlerweile ist das hier alles aufgeräumt. Und ich bin wieder aufnahmebereit. Da habe ich ja wirklich einiges gespart an Geld damals. Ja, wenn sich da was anbietet, gerne. Ja, ich bin Rabattjäger. Gut, ich danke Ihnen, ne? Weitermachen. Ich bin noch nie aufgefallen. Tschüssi Kowski. Ciao. Gut, das klappt also auch. Der ist auch soweit versorgt oder ready. Ich habe erstaunlich gute Laune dafür, dass man mir einfach eine Wiese zerstört hat. Aber gut, die müssen wir jetzt noch weiter bearbeiten. Das heißt, ich werde den Schwader mitnehmen. Und wenn ich den, naja, den Theo sehe ich zwar da hinten schon, aber den werde ich vielleicht später mal anrufen, damit er noch mit dem Zetter hinterher kommt. Und dann können wir nämlich heute mal das Gras trocknen lassen und dann bald hoffentlich einfahren, wenn es dann getrocknet ist, um dann frisches Heu auf dem Hof zu haben. Aber da ist noch einiges für zu tun. Das bekommen wir, glaube ich, heute nicht mehr fertig. Jetzt muss ich, intelligenterweise habe ich hier das Mähwerk vor dem Schwader abgelegt. Muss ich jetzt nochmal ändern. Aber ich würde sagen, wie wir da weitermachen, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Und wie gesagt, am Nachmittag muss ich dann auch mal bei der Gemeinde anrufen. Ich schiebe das ein bisschen vor mir her, weil es mir ein bisschen unangenehm ist. Ich habe sie gerade erst gepachtet und dann ist sie jetzt schon so zerstört. Ich meine, man kann sie wieder herrichten, das kriegt man sicherlich hin, aber das wird ein bisschen dauern und ist halt trotzdem irgendwie jetzt ärgerlich. Ich weiß nicht. Wie seht ihr das? Was würdet ihr an meiner Stelle tun? Und vor allen Dingen, was würdet ihr zu dem GPS-Angebot von dem Herrn Peters sagen? Würdet ihr das in Anspruch nehmen? Wird ein bisschen kosten für die ganzen Geräte, aber wird vielleicht auch eine Effizienzsteigerung bringen hier auf dem Hof? Oder würdet ihr sagen, das passt nicht wirklich zu dem Meierhof? Das ist für große Landwirte oder das ist ein anderes Level von Landwirtschaft, dafür ist der Meierhof noch nicht bereit. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, dann werde ich mich nach euch richten, eurem Rat folgen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Und bald müssen wir uns dann mal klären, was da mit diesen Dokumenten, die wir gefunden haben, los ist. Aber da müssen wir, glaube ich, noch den richtigen Zeitpunkt für abwarten. Vielen Dank euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!